Hier sind wir jetzt mitten in der Wüste. Hier unten ist die Shisha Bar. Es riecht schon ein bisschen nach Gegrilltem. Es riecht ein bisschen nach Pferd. Und nach Gegrilltem. Findest du? Und hier sind die Kamele, wo wir nachher schön reiten können. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und hier ist alles für uns gedeckt. Das ist mit DJ. Da haben wir uns jetzt mal schön einen Platz.